Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pizza mit Thunfisch und Käse. Die Pizza mit Thunfisch und Käse Eitel Pizza Contono ist eine klassische Pizza-Zubereitung, die man auf der Speisekarte jeder Pizzeria findet. Für sechs kleine Pizzen oder zwei Backbleche werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Pizzateig oder ein Fertigprodukt aus dem Handel. 2 bis 4 Knoblauchzehen, 3 bis 6 Zwiebeln, 12 bis 18 Esslöffel Thunfisch im eigenen Sud, 6 bis 18 Esslöffel Parmesan, Brinds oder Pecorino, 3 bis 4 Esslöffel kaltgepresstes natives Olivenöl, frisch gemahlenes Meersalz, frisch gemahlener schwarzer oder weißer Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Zwei Backbleche oder sechs runde Formen. Backpapier, Dosenöffner, Gemüsehobel, Küchensieb, Käsereibe, Messer, Schneidebrett. Zubereitung Den Pizzateig erstellen. Das Backrohr auf 250 Grad Celsius vorheizen. Den Teig halbieren oder in sechs Teile zerteilen. Die Backformen mit Backpapier auskleiden. Den Teigbatzen in die jeweilige Backform mit den Händen hineindrücken. Immer für einen erhöhten Rand sorgen. Den Käse fein reiben. Den Thunfisch durch ein Küchensieb abseihen, abtrocknen lassen und mit einer Gabel zerrupfen. Knoblauch schälen, in Scheibchen schneiden und über die Form verteilen. Die Zwiebeln mit Hilfe des Gemüsehobels in dünne Scheiben hobeln. Mit Thunfisch und Zwiebelscheiben belegen. Den Käse über die Pizzen verteilen. Würzen und mit dem Olivenöl beträufeln. Die Form in den Ofen schieben und in ca. 20 Minuten knusprig backen. Als Beilagen eignen sich Insalata Mista Oliven bereitstellen Chilischoten oder Peperoni bereitstellen Glas trockenen Rotwein Typ Badolino Barolo Chianti Classico Die Pfeffermühle Diese Varianten gibt es Ideal zum Backen wäre ein Steinbackofen Temperatur bis 340 Grad Celsius Den Teig mit Gewürzen, z.B. Majoran, Rosmarin, Thymian, Knoblauch, parfümieren Nach dem Backen, die Pizza mit frischen Basilikumblättern garnieren Rezepte für weitere Pizzen Punkt 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 Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! или Überblick Wrит gespelt hopeful happen hopeful Vielen Dank.